Hip Thrust. Der Hip Thrust ist die Nummer 1 Übung, um euren Arsch zu entwickeln. Der wichtig ist bei eurer Fortbewegung, weil ohne Hüftstreckung gibt es auch keine Fortbewegung. Und ein wichtiger Arschmuskel steht eben auch im Zusammenhang mit einer erhöhten Sprintfähigkeit. Man hat herausgefunden, dass Leute, die da stark sind, dass die schneller sprinten können, speziell einen besseren Antritt haben. Und deswegen ist die in euren Übungsprogramm integriert. Wichtig ist, dass euer oberer Rücken ungefähr da aufliegt, wo eure Schulterblätter aufhören. Dass ihr bei der Ausführung aus dem ganzen Fuß drückt, in den Boden rein drückt. Und in der obersten Position, vielleicht kurz für eine Sekunde, das Becken richtig so kippt und den Arsch mit anspannen, wie es hier vom Athleten demonstriert wird. Und dann ist das Becken.